Wo war ich? Da hinten. Äh. So. War ich nicht. Brauch ich. War ich nicht. Brauch ich. Jetzt gleich bin ich auf die falschen Dinge gekommen. So. Hier hoch. Da ist es wie der Foot. Oh, ich hab meine Eimer nicht weggegeben. Das war doof. Zack. Zack. So. Und. Zack. Geht's da nochmal runter oder bin ich fertig? Ne, es geht nochmal runter. Okidoki. Hoppala. Ich glaube, wir müssen auch nochmal Clear Glass machen. Aber ich glaube, für heute reicht's jetzt noch. Eins, zwei. Ach, ich bin schon wieder. Hoppala. Ich glaube, es geht aber nochmal runter. Nein, das war's Ende. Gut. Hoppala. So, dann hab ich das Zwischending. Da hab ich hier noch irgendwo so'n. Da hinten muss ich noch machen. Da hab ich ihn. Da hab ich Glas. Da hab ich Glas. Unten gibt's keins. Da hab ich Glas. Da bin ich noch nicht fertig. Okay. Dann mach ich doch hier mal weiter. So. Mal hier. Mal hier. Jetzt brauch ich schon wieder Glas. Und der verschwindet mir jetzt wieder. So. Hier brauch ich keinen. Hier brauch ich keinen. Hier brauch ich einen. Hier brauch ich keinen. Hier brauch ich wieder einen. und zack. Jetzt brauche ich 8, da habe ich auch noch eine Abzweigerung. Schön. So. So, 3, 4. Verschwindest du wieder? Jawohl. Und hier brauche ich einen. Hier keinen. Hier dafür wieder. Und einen habe ich noch. Da war falsch gesetzt. Egal. Ich gehe wieder zurück. So. Die einmal schmeiße ich trotzdem mal da hinten wieder rein. Na ja, das kriegt jetzt auch keine Energie mehr. Gut, dann habe ich das nämlich mal kurz gestoppt. Hat sie hier drin? Nein, hier hatte ich keinen doch. Energy Conduit war da hinten drin. Das war hier hin. Na ja, dann packe ich die Quarry nämlich mal runter in meinen Ofen. Na, Klaus, dann habe ich jetzt, glaube ich, erstmal genug. Dann packe sie da unten zu meinem Ofen. Das ist ja da mal wieder ein bisschen automatisch. Wobei schon kein Eisen mehr drin ist. Doch. Ne, das ist nur noch Blut. Ähm. Weil dann löse ich hier jetzt nochmal kurz Eisen auf. Weil davon habe ich... Ach, so viel. Dann könnte ich eigentlich auch nochmal nach der Quarry gucken, wenn ich den Glowstone fertig habe. So. Wobei, ich könnte eigentlich mehr mitnehmen. Also schmilzt ja eigentlich relativ flott. Und wenn meine... In meine Schmiede passt ja ein bisschen was rein. Die ist ja nicht umsonst so groß. Ich könnte sie sogar noch größer machen. Aber das wird auch tatsächlich mein nächstes Projekt, die Schmiede... Ähm. So umzubauen, dass mir Lava reinpasst. So. 64, 64, 64, 64. So. Ah, dabei kann ich ein bisschen was trinken. Ah. Wir haben so viel Rohstoffe. Und jetzt auch noch eine Quarry im... Im Deep Dark. Wir... Wir kacken jetzt an Rohstoffe. Na komm, Eisen. Bisschen flotter geht's schon. Ich glaube, für Eisen braucht man auch gar nicht so viel Lava. Irgendwie. Da werde ich auch gucken, dass er mir vielleicht so eine... So ein... Also so... Nicht Partar, sondern irgendwas anderes. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Er baut jetzt automatisch Lava aus dem... Aus dem Neter zieht. Für meine Schmiede. Ah, wieder umsetzen. So. Da sind auch nur... 488. Ich habe auch da drinnen... Böller. Ja. 48 Blöcke. Da ist nochmal ein... Ne, das Aluminium. Was ist das? An der Nullum habe ich auch noch ein bisschen. Okay. Hey. Ich habe das gesehen. Ist zurückgegangen. Ich könnte eigentlich alles Eisen einschmelzen. Ich könnte eigentlich auch so Trichter bauen dafür. Das automatisch in den Ofen reingeht. Dass ich es nur in eine Kiste schmeißen muss. Da und zwischen bei 935 in geht es. Ich glaube, alles Eisen schaffe ich nicht reinzupacken. Da wäre es dann meine... Ding doch zu klein. Meine Schmiede. Hm. Jetzt bringen wir die Lava jetzt doch fertig. Äh, noch leer. Unseren Tank. So, jetzt kommt gleich der nächste Schwung. 1.017. Ja, die schmelzen noch alle. 1.017. 1.017. Ich habe gar nicht... Huch. Hey. Jetzt wird... Ich habe gar nicht zu viel oder so. Ja. Da drüben... Da drüben arbeitet schon die ganze Zeit. Es hackelt jetzt hier auch ein bisschen. 56 Blöcke Eisen. Oh Gott. Und es wird sogar noch mal mehr reinpassen. Jetzt ist wieder ein bisschen was weggegangen. Jetzt müsste aber gleich wieder was dazukommen. Jetzt kommt wieder was dazu. 1.600. Okay. Wir haben erstmal Eisen. Es spackt auch ein bisschen rum. Ich glaube, das ist zu viel gerade momentan. Also ich belasse es jetzt dann auch dabei. Ich pack nicht nochmal mehr dazu. Ich glaube, so fühlt sich... Wie das Lied gerade aufgehört hat, ich glaube, so fühlt sich unsere Schmiede gerade. 1.700. 1.700. 1.800 oder sowas werden wir wahrscheinlich kriegen. Das haben wir jetzt weiter. Ist doch schön. Jetzt wollen wir wieder Glowstone. Damit wir da unten weitermachen können. Und zurück nach... Und zurück nach... Ja. Hoppala. So. Hier brauche ich keinen. Hier brauche ich eins. Brauche ich keins. Brauche ich eins. Brauche ich keins. Brauche ich eins. Keins. Brauche ich eins. Achso, ja, ich brauche Glas. Das war echt zu schnell. Und nach unten. Und hier kommt mein Eimer nach oben. Na, sag er mal. Brauche ich nicht. Brauche ich? Jetzt, wo ich die Maschine ausgemacht habe, frisst er mir alles. Zack. Eins. Zwei. Zwei. Hoch. Achso, da bin ich noch nicht weiter. Okay. Da brauche ich noch nicht mehr. Diese Faulheit immer. Genau, da habe ich noch nicht mehr gemacht. Hier habe ich noch Zwischendinge. Die gehen aber nicht lange, glaube ich. So. Hier brauche ich eine. Ein, zwei, 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 drei, vier. Hier brauche ich eins. Hier brauche ich eins. Hier brauche ich eins. Sehr, da ist das, was ich noch nicht mehr erhält. Schönen Tag, das ist mal nicht mehr. Schön zu wissen. Jetzt gehen wir da wahrscheinlich ins Glas. Oh, das ist schon weg. Äh, schon zu Ende. Dann geht, äh, wo war jetzt die? Da. Wobei, die brauche ich eigentlich noch gar nicht, aber ich mache es jetzt trotzdem schnell. Zumindest bis dahin, wo ich es, äh, schon offen habe. Zack. Zack. Das war falsch, aber egal. Boom, boom. Okay, das ist tatsächlich der letzte... ...die letzte Station bei der Abzweigung. Da habe ich noch eine Abzweigung offen. Die muss ich noch kurz machen. Ja, gut. Ich habe noch ein paar. Zack. Ah, ich glaube, dann war es tatsächlich. Dann haben wir das. Ging schneller als gedacht. Ich dachte, das wäre jetzt ein mega-ge-gefrittel. Da habe ich noch nicht, da oben. Ich glaube, das wäre jetzt ein mega-ge-gefrittel. Ähm. Ach so, von da aus geht es. Okay. Ähm. Hier brauche ich eins. Ah, okay. Das geht nicht von hier aus. Doch, stetschra. Okay. Das geht von hier aus. Ich habe hier einfach noch keinen Block weggemacht. Habe ich den Block aufgenommen? Nein, weil ich keinen Platz habe. Ich brauch den Block. Da ist er! Ich hab meine Eimer nämlich schon wieder nicht abgelegt, ich Idiot. Ach! Was? Achso. Ich verarsche mich nicht. So, den Block brauche ich nicht. Ich brauche den Block. So. Dann geht es hier weiter. Und hier weiter. Und hier weiter. Und hoch. Ja, hier geht es jetzt komischerweise schon nach unten. Das ist voll verwirrend. Ja, ich weiß. Hoch. Hier brauche ich noch einen Eimer. Ja, genau, das meinte ich. Dass das dann ätzend wird. So. Habe ich jetzt hier noch irgendwo eine Abzweigung vergessen? Nein. Doch, da. Da ist noch keiner. Ich weiß nicht, warum das da wirklich weiterläuft. Da geht es auch nicht drunter. Doch, da geht es doch drunter weiter. Das stimmt schon. Bleibst du? Du bleibst. Ich habe da irgendwie Bock misgemacht. Kann es sein? Ich brauche doch mal den schwarzen. Den klaue ich mir jetzt einfach von da hinten. Nicht von hier. Quatsch. Ah, vielleicht kriege ich aber... Ne, geht nicht. Ähm. Ich brauche doch von da unten einen. Das ist das Problem bei dem schwarzen. Man sieht es einfach nicht. Ach, da habe ich auch noch eine Abzweigung nicht. So. Ach, ich brauche noch. Kommt der dann ja jetzt weiter? Nein. Bei der ist auch noch im Weg. Dann kann ich hier hin. Ne, der war jetzt zu viel. Boah. Ich sehe schon gar nichts mehr. Ich nehme jetzt noch mal ein paar mit von denen. Da. So. Also wir haben hier Fassade. Wir haben hier Glowstone. Genau. Hier Glowstone. Hier Glowstone. Zack. So. Jetzt. Jawohl. Zack. Geht es da noch mal runter? Nein, das ist das Ende. Zack. Jetzt brauche ich Glas. So. Jetzt. Da drüben habe ich aber auch gerade auch mal eine Abzweigung gesehen. wenn die nicht fertig war. Da. Habe ich noch so viel? Ja. Locker. So viel brauche ich, glaube ich, eigentlich gar nicht. Na? Jawohl. Dann habe ich hier die Abzweigung auch fertig. Die habe ich doch nicht. Dachte mir doch, dass es hier ein bisschen dunkel ist. Boah. Lass mich runter. Das ist jetzt wieder eine längere. Aber ich glaube, dann haben wir es tatsächlich nach dir. Also wirklich tatsächlich. Nicht von mir gesagt tatsächlich, sondern tatsächlich tatsächlich. Eins, zwei, drei, vier. So. Hier geht es runter. Deswegen brauche ich jetzt Glas. Und wenn es zu wenige Abzweigern sind, kann man die ja immer noch später hinzufügen. Das ist ja kein Ding. Da verschwindet es wieder. Zack. Und zack. Zack. Jetzt und noch. Nein. Das ist das Letzte. Wunderbar. Haben wir die auch? Jawollo. 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 Wir haben unsere Adern langsam da oben. Genau. Und die gehen halt bis hier raus. Und dann hier an der Wand nach runter. Irgendwann. In 300 Millionen Jahren. Aber es sieht glaube ich cool aus. Ich kann mich an das Glas jetzt lang... Also ich kann mich langsam mit dem Glas anfreunden. Sieht mit dem Glas gar nicht so kacke aus. Genau. Sieht irgendwie aus wie so eine Platine. Mit den Schlichtern da drüben. Äh, mit den Streifen da drüben. So. Dann wären wir hier eigentlich soweit fertig, wie ich es schaffen wollte. Und dann würde ich mich auch langsam von der Aufnahme verabschieden. Tatsächlich. So. Genau. So. Und dann habe ich doch ein paar... Genau. Du bist leer. Du bist leer. Und da ist noch was von. Ja gut, wir haben noch ein bisschen Glowstorm. Wie sieht es unten mit meiner Ding aus. Da habe ich immer noch viel zu viel drin. Und dann... 1179. Ja gut. Also ich werde mich jetzt tatsächlich dann verabschieden. Das ist toll. Es ist dunkel. Ich schlafe noch mal kurz. Und verabschiede ich mich beim Sonnenaufgang. Zack. Zack. So. Genau. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und... Ich sehe Minecraft erst in zwei Monaten wieder. Ihr seht Minecraft übermorgen wieder. Und bis dahin. Viel Spaß. Auf Wiedersehen.